Alle ready? Ja. Vamos. Alle frei. Guter Geist. Okidoki. Starten wir. Ja. Ich glaube, das war das, was ich am Ende hatte. Jin und Jan. Euphemismus für 69 years. 69 und die Welt ist im Einklang. 69 all over the world. Nico. Nico. Runterladen. Ach ja, natürlich. Ich wusste ja nicht, dass... Lautesten, was wir alles nicht zeichnen dürfen, damit es nicht zensiert werden muss. Und dann... Das sind Menschen, die zusammen Aerobik machen und dabei Lollis im Mund haben. Was für diese großen Lachen tun, Alter. Dass die Person über ihr Sternzeichen Krebs redet. Was? Ich weiß ja nicht, was ihr da drin gesehen habt. Ich hab die 69 ganz klar gesehen. Ja, das ist Sternzeichen Krebs. Die 69. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich sag nur 69. Also, ich hab das Haar vergessen. Ich hab das Haar gehalten. Monty Füten, Bright Side of Life. Sing for us, aber nicht a. Hä? Hä? Oh nein. Ich lache die Sonne an. Das dunkle Monster mag keine Ass. Das dunkle Monster mag keine Ass. Was? Dein Sack steht im Weg. Wo ist die Sonne? Das dunkle Monster mag keine Ass. Das war gut. Das war gut. Warum seid ihr so anstrengend? Die Leute müssen das auch lassen. Wenn es nicht auf der Bühne geht, dann muss das hier sein. Ich hab euch alle gern, aber why? Das ist okay, Alex. Alles wieder klar. Alex Paul ist ein Engel, aka Lügenpresse. Das haben die auch alle gern. Das ist eine Retourkutche. Was geht hier? Nico, Silis oder Alex, Paul, wachsen Flügel. Schön, dass du an mich mit reingezogen hast. Wer kann fliegen? Nico oder Alex? Ein Praktiker. Stimmt, wir haben wenig uns selbst aus gegenseitig gemacht bisher. Ich hab mir nächste Runde vielleicht mal. Ich hab mir jetzt richtig Mühe gegeben. Okay. Ich guck euch das mal an. Ananas. Ananas. Ananas hat Headset auf und Ananas hinter sich. Okay, ich hab die Person nicht mehr erkannt. Ich hab einen Applaus auf Klaus. Ja. Ähm. Pina Colada Song. Zumindest hört Mensch neben Ananas Musik. So, wie geil. Oha. Wie bin Ananas. Ich hab gerade eine Weibing Ananas. Oh. Das ist mega. Das ist mega. Nice. Lass mal daraus die Sticker machen. Ja. Ja, die Gifts haben wir ja dann alle von allen rum und können gucken, was wir für was nutzen wollen. Sehr gut. Dann neues T-Shirt-Design, ja. Äh, ja. Gibt sowieso eventuell jemals Slam-O-WL. Da spreche ich euch nachher noch. Oha, ich hab das. Oha. Ja. Rotweinglas halb voll oder halb leer und Chefbind. Schweben soll das sein, weil dann Spanis ist ja das oben. Ist das Rotweinglas halb voll oder halb leer? Ja, das ist richtig gut durchgegangen. Toll. Ja, polnisch und mit melesische Fähigkeiten. Rotweinglas halb voll, halb leer. Ist das ein halb leeres Weinglas oder ein Bolteboll? Bolteboll auf Stütze. Auf einer Stütze. Das war eine stabile Runde. Ja, das hat besser funktioniert als bisher gedacht. Bin auch enttäuscht. Mhm. Auf jeden Fall. Bin sehr, sehr enttäuscht. Ich war Stabilität. Was ist das? Ey, ohne Scheiß. Ah, oh. Wow, okay. Das passiert, wenn du eine E zu viel wirst. Okay, gut. Das hab ich gekriegt dann. Oh ja. L.O.L., schluck mal die Pille. Wie sehen deine Augen aus? Krass. Okay, du hast zu viel Drogen, jetzt krass. Erstens, Zeit L.O.L. Zweitens, krasser Trip. Das sind zu viele Pillen. Zu viele Bundesmarties. Bitte, viele Bundesmarties. Hey, Leute. Also, wir haben nur ein Stimmungsbild gemacht. Ja, aber, sorry. Was sollte das sein? Das ist ein grauer Regenbogen. Regenbogen, Regenbogen gleich Wolken. Ja, genau das. Okay, das sieht aus wie diese Raupenimmersatz oder so. Die kleine Raupenimmersatz ist G, Regenbogen. Oh, geil. Ich liebe es. Oh, voll schön. Ja, okay, gut. Und ich hab dann... Regenbogen hinter Wolken und grüner Punkt. Grüner Punkt. Ja, der war da. Oh, voll schön. Ja. Ah. Ist ja mega schön. Das war Stress. War's das? Oh Gott, ich kann nicht... Ja, das war Stress. Womit hast du angefangen? Das war so... Das war so süß. Voll schön. Ja. Oh. Alles. Okay. Ich hab mal viel vergessen. Ich wusste nicht, dass man sich das merken musste. Was? Und so war die kleine Raupen-Designs. Wie geil. Burgfrust trennt einfach immer weit. Mega cool. Jetzt haben wir jetzt irgendwann Moldawien. Ja, stimmt. Meine Damen und Herren, Kunst. Oder so. Sehr schön. Dann geht jetzt weiter. Ja. Ich hab's leicht gehalten. Ich hatte erst nur das Kreuz. Das war cool. Das war simpel. Das war easy. Ich war mir erst nicht sicher, ob jemand die Zahlen vertauscht hat. Genial. I tried my best. Oh, schade. Farben waren immer vom gegenüberliegenden Farbe, die Zahlen eigentlich. Oh, das ist durchgegeben. Krass. Ist das ganz durch? Ach, schade. Das ging gut. Ich wollte eigentlich erst nur so ein schwarzes Kreuz malen, aber für ganz leicht. Aber das ist doch nicht lustig dann. Ja, aber so ein bisschen durch. Du hast das gerade doch gemerkt. So ein bisschen durch, aber inzwischen wäre gut gewesen. Das war das am Anfang mal. Oh, voll gut. Oh. Das war wenig Zeit. Das war wenig Zeit. Sehr schön. Weiter. Das ist viel zu viel Details. Viel zu viel. Sieht aus, als wäre... Ich habe aufgegeben. Bei mir sind ja da waren noch Bäume. Ich hatte aufgegeben. Das ist eine Straße. Er ist weggekommen. Danke, Sven. Richtig gut. Danke für die Straßenstriche, Sven. Eine effektive Kommunikation. Straße ist durch. Das ist schon mal, ne? Aber die Straße ist schwarz geworden. Die war pink. Das war mir eigentlich wichtig. Oh, da tut uns das leid. Bestimmt. Weißt du was, Sarah? Dann war das vielleicht nicht effektiv kommuniziert. Das habe ich nie, niemals bekommen. Also ich weiß, was ich bekommen habe. Ach doch, ich weiß, was ich davon bekommen habe. Na toll. Ja. Ja, genau das hatte ich bekommen. Der Elefant war danach dann weg. Ja, der Elefant war weg. Ich glaube, ich habe die Farben auch falsch. Ja, ich auch bestimmt. Auf die habe ich gar nicht geachtet. Schade. Der Elefant. Ich hatte von davor die Runde immer noch im Kopf, dass wir ja Schweine hatten. Der Elefant war so schön. Ja. Und er hat ein Lied getrennert. Und gekackt. Danke, dass dir das so wichtig war, nochmal drauf hinzuweiten. Finde ich auch gut. Oha. Das ist auch. Fallmutter. Das war schon heavy. So schnell vor allem so wenig geworden. Wie war es denn bei mir? Das habe ich gekriegt. Das habe ich auch wieder repliziert. Ach, Evgenia hat es auch so repliziert. Nein. Ich bin in die Wichtstraße von Haus zu einem Feuerwurf. Entschuldigung. Aber konsistent am Ende. Hübsch. Einfach nur hübsch. Ich finde, wir sollten das verkaufen auf Etsy. Können wir machen. Das war mir am Anfang schon zu schwierig. Muss ich zugeben. Aus Allumische im Wunderland. Ich war mir sicher, die wurden von böse zu glücklich. Ja. Das ist der Moment, wo es nur zwei waren. Wo es irgendwann nur noch eine? Nein. Sie blieben zu zweit. Bis ans Ende ihrer... Wenigstens. Romantisch. Aber sie hatten keinen Charakter mehr. Sie haben keine Gesichter mehr. Ab Mord. Liebe Menschen, das war das erste Mal Slam Over Let's Play. Also die erste Reihe Slam Over Let's Play mit Gartic Phone. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir noch spielen sollen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr euch Menschen in dieser Runde hinzu wünscht, schreibt es rein. Wenn ihr Leute davon besonders gut fandet, auch wenn Leute davon nicht wiedersehen wollt, dann tschüss. Na, es sollte sich das nächste Mal mehr Mühe geben. Was ist hier denn los? Seit wann passiert sowas? No, hey! Wir spielen jetzt Insta-Beef an. Wir spielen jetzt noch eine Reihe Slam Over Let's Play mit Gartic Phone. Untertitelung des ZDF, 2020